Herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch einen kleinen Videowunsch erfüllen und zwar habt ihr euch gewünscht, dass ich diesen Look hier, den ich bei meinem Video getragen habe, als ich so ein bisschen über meinen Krankenhausmarathon gesprochen habe, vor OP, den habt ihr euch gewünscht einfach, dass ich den mal schminke, beziehungsweise mehrere Leute haben sich diesen Look gewünscht, dass ich den mal schminken soll, deswegen werde ich das heute tun. Ich habe hier schon das Grund Make-up gemacht, weil das ist ja einfach basic, also Foundation, Concealer, Puder habe ich schon gemacht und Primer, da müsst ihr einfach benutzen, welche Produkte für euch funktionieren, hauptsache ihr habt eine gute Base und dann machen wir zusammen Augen, Lippen, Augenbrauen, was alles dazu gehört zu diesem Look. Natürlich beginnen wir mit dem Augen-Make-up. Hier benutze ich diese Palette, das ist die Eyeshadow-Palette Professional Artist aus dem Catrice Adventskalender. Wenn du das Video zum Kalender nicht gesehen hast oder auch vorhin dieses Video zum Krankenhausmarathon, du weißt, was du da in der Infobox, ne? Ja, so. Wir beginnen mit dieser Palette hier. Da benutze ich hier dieses Olivgrün und gehe mit einem flachen Pinsel hier in dieses Grün hier rein und tue mir mal selber einfach ins Augenlid direkt hier oben diese Farbe platzieren. Die ist tatsächlich ein bisschen schimmerig, ob du das glaubst oder nicht. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, man möchte ja eigentlich als Basis eine nicht schimmerige Farbe haben, aber da habe ich tatsächlich diese Farbe benutzt, ob du das glaubst oder nicht. Dann gehe ich mit einem fluffigen Blender-Pinsel ebenfalls nochmal in dieses Grün hier rein. Wirklich nur so ein bisschen tupfen, also dass ihr da nicht 5 Kilo Farbe drauf habt, das ist echt wichtig. Und damit gehe ich jetzt quasi den Bereich, den ich gerade eben schon gemacht habe, nochmal so ein bisschen ab. Der Pinsel ist einfach ein bisschen größer und ein bisschen ausladender. Und dann gehe ich auch so ein bisschen hier raus Richtung Ecke und verblende hier einfach so ein bisschen nach oben. Witzigerweise fragt mich nicht warum. Es wird dadurch weniger glitzerig, was echt witzig ist. So, dann sieht das Ganze nämlich schon mal so aus. Das mache ich jetzt auch wieder auf beiden Seiten. Als nächstes gehe ich hier in diesen Matt-Ton rein. Nur ganz, ganz wenig. Ein, zwei Mal reinpupsen. Und gehe hier quasi über das Ganze, verblende den nochmal drüber, damit es einfach nochmal einen schöneren Übergang bekommt. Von diesem Grün, der ist ja vorhin schon in euer Augenlid. Geh, macht, habt. Jetzt brauchst du einen Concealer und zwar am besten den, den du vorher einfach auch benutzt hast für dein Basis-Make-up. Und hier gehe ich mit einem ganz, ganz dünnen Pinsel hier so ein bisschen rein und mache das einfach so ein bisschen auf mein bewegliches Augenlid drauf, wenn ich es treffe. Hallo? Und zwar nur etwa bis zur Hälfte ungefähr, falls du es hier irgendwie sehen kannst. Das mache ich jetzt auf beiden Seiten. Als nächstes benutze ich diesen Goldton, gehe hier mit dem Finger so ein bisschen rein, gucke, dass wirklich viel Farbe drauf ist. Und tupfen wir das so richtig in diesen Concealer rein und presst es so richtig da rein, damit es richtig schön hält. Ihr braucht doch keine Angst haben mit dem Übergang. Da wo der Concealer aufhört, da haftet es einfach gleich mal nicht so gut. Von daher ist es gar kein Problem. Einfach wirklich schön mit dem Finger großflächig oben drauf tupfen. Sieht dann so aus. Als nächstes benutze ich hier einen Pinsel, der so spitz zulaufend ist, der aber rund ist. Also nicht so flach, sondern ein runder Pinsel. Und damit gehe ich in diese untere Farbe hier. Das ist quasi wie so ein helleres Gold. Einfach nur so ein kleines bisschen, so die Hälfte vom Pinsel mit Farbe eindecken und mache gerade die Lidfalte nochmal. Damit auch hier der Übergang ein kleines bisschen schöner ist. Als allerletztes habe ich hier wieder einen kleinen flachen Pinsel und gehe hiermit in dieses Braun hier, da rein. Und trage das am äußeren Ende vom Augenlid auf. So, hier so ein bisschen. Das gleiche auch wieder auf beiden Seiten. Hier auf das bewegliche Lid. So ungefähr bis zu eurer Lidfalte und bis zu da, wo dieser Concealer aufhört, kannst du das ungefähr auftragen. Und dann an der Concealerkante einfach noch ein paar mal drüber fahren. Dann geht der Übergang eigentlich schon ganz automatisch. So, wunderbar. Mit dem gleichen flachen Pinsel gehe ich nochmal in das Gold, in dem ich vorhin war. Dieses hier. Und gehe hier so ein bisschen rein. Nicht zu viel. Und damit betone ich den unteren Augenkranz. So. Dann natürlich einmal Fallout. Ich muss sagen, die Palette hat echt nicht viel Fallout. Das finde ich echt gut. Also, ich werde aber auch den kompletten Catrice-Kalender nochmal testen und wirklich ein Full-Face-Make-up, soweit es halt möglich ist, mit den Produkten, die drin waren, von dem Catrice-Adventskalender machen. Und ja, da wird die Palette natürlich nochmal komplett reviewt. Aber heute mal auch mit dieser Palette. Jetzt mache ich mir mit dem Puderpinsel noch so ein kleines bisschen den Fallout weg, den ich hier am Auge habe. Und dann ist das Make-up hier eigentlich schon augentechnisch fast fertig. Dann geht es weiter mit den Augenbrauen. Und dafür benutze ich meine absolute Lieblingspalette, weil ich die eigentlich immer benutze, muss ich sagen. Das ist einmal von Love, die Prouditude Palette. Da haben wir nämlich hier so einen kleinen Pinsel dabei, der echt praktisch ist. Und ich benutze eigentlich immer hier dieses hellere Braun. Das ist echt super. Das kannst du noch so ein bisschen zum Highlighten und der Ton nur benutzen. Das kann ich dir nachher gleich noch zeigen. Aber ansonsten auf jeden Fall dieser Ton für mich. Oder der hier, wenn es ein bisschen kräftiger sein soll. Aber ich benutze jetzt heute auch wieder den hier, weil den habe ich damals auch benutzt. Und ich fülle meine Augenbrauen damit jetzt hier so ein bisschen auf. Einfach die Löcher, die drin sind, die Unebenheiten, damit das Ganze nicht ganz so ungleichmäßig aussieht. Und versuche hier nicht daneben zu malen. Das kann ich jetzt einfach so. Ich bin ja kein Freund von so komplett künstlichen Augenbrauen, die dann irgendwie außenrum noch komplett gerade gemalt sind oder sowas. Deswegen einfach für mich einfach hier so. Du siehst den Unterschied, hier ist es einfach löchrig, vor allem hier oben am Eck oder so. Ist halt einfach echt mega löchrig. Und hier ist es einfach richtig schön, ja, von meiner natürlichen Augenbraue, von der Form her. Nur ohne Löcher und ein bisschen intensiver. Das finde ich eigentlich persönlich so sehr schön. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite noch. Und da haben wir Augenbrauen auch schon fertig. Mit dem hellen Ton könnt ihr dann theoretisch hier unten drunter noch so ein kleines bisschen drüber gehen. Aber damit hier der Übergang noch ein bisschen schöner ist. Wobei das natürlich auch mit Highlighter möglich ist. Also das ist sowas, wo einfach beides geht. Ich mache jetzt mal hier mit den Augenbrauen. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht, aber das ist nicht so schlimm. So. Wunderbar. Dann geht es weiter mit dem Highlighter. Hier benutze ich den von Catrice, diese Sternhighlighter, Powderhighlighter. Der auch im Adventskalender mit drin war. Ist eine Limited Edition. Ihr könnt natürlich jeden anderen Highlighter auch benutzen. Der hier hat so einen leichten Beige-Goldton, falls ihr nicht den Kalender habt und einen anderen benutzen wollt. Ich mache Highlighter ja tatsächlich mit diesem riesenbollen Pinsel. Das ist ja so ein bisschen Geschmacksart. Da kannst du auch einen kleineren Pinsel, einen schmaleren Pinsel benutzen. Ich benutze immer den, weil der so ein kleines bisschen spitz zulaufend ist. Und gar nicht so schlecht. Damit gehe ich jetzt hier rein und highlighte mir hier so die Wangen. Und zwar nicht nur hier hinten, sondern auch hier vorne. Also quasi hier so komplett so ein bisschen rum. Einfach damit es einen schönen Glow gibt. So. Das gleiche natürlich wieder auf beiden Seiten. Damit das Ganze nicht so komisch einseitig aussieht. Ein kleines bisschen Highlighter mache ich mir hier noch hier auf die Nasenspitze. Und hier vorne auf die Lippenspitze. Und mit der Seite, wo ich jetzt nicht in der Farbe war, so ein bisschen tupfen. Damit es wieder ein bisschen ausgeblendet wird. Und einfach nicht so komisch aussieht, wenn die Nase irgendwie so leuchtet. Und ja. So. Und da habt ihr nämlich hier, hast du hier nämlich so einen schönen Glow. Das ist eigentlich ganz cool. Wie gesagt, du kannst es auch hier unten an den Augenbrauen noch hin machen. Ich habe jetzt hier den weißen, also diesen hellen Puder von der Augenbrauen Palette benutzt. Kannst du auch mit Highlighter machen, kannst du auch weglassen. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich keine Ahnung, was ich gemacht habe bei der, bei diesem Look. Ich meine, dass ich das nicht gemacht habe. Ist aber auch nicht so schlimm, weil darauf kommt das Zeug auch nicht an. Bevor ich die Lippen mache, werde ich die Augen immer fertig machen. Und ich finde es immer so, bis die Lippen dann verschmiert sind oder sowas. Bis ich dann die Augen noch fertig habe. Deswegen mache ich lieber immer erst die Augen komplett fertig. Da fehlen jetzt noch die künstlichen Wimpern. Hier benutze ich die Wake Up Make Up von Belle Chloe. Ich verlinke dir auch hier wieder dieses Video dazu. Die habe ich mal komplett getestet. Die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Muss aber wirklich sagen, ich bin echt überzeugt von diesem Produkt, weil ich benutze es so gerne mittlerweile. Also es ist so viel einfacher wie Klebe Wimpern. Deswegen benutzen wir heute auch wieder die. Bevor ich die Klebe Wimpern dran mache, mache ich noch ein ganz kleines bisschen Mascara an meine Wimpern. Einfach deshalb, meine Wimpern sind blond und die künstlichen Wimpern sind schwarze. Und dann sieht man das einfach so durchschimmer und es sieht dann so uneben aus. Falls du schwarze Wimpern hast, brauchst du das nicht machen. Aber wenn du blonde Wimpern hast, so wie ich, dann würde ich dir empfehlen, einfach ein ganz kleines bisschen Mascara noch zu benutzen. So, Wimpern sind dran. Ich mache diese Wimpern einfach allein schon, weil es so schnell geht. Ich habe jetzt irgendwie eine Minute oder so gebraucht. Echt genial. Und ich bin, du weißt wahrscheinlich, ich bin ja echt gerne Wimpern-Experte. Okay. Machen wir weiter mit den Lippen. Dafür habe ich einmal einen Lip Liner. Das ist der Lip Liner, der im Revolution-Kalender drin war. Da kannst du eigentlich auch, wie gesagt, wenn du den Kalender nicht hasch, schau dir mein Video an, wo ich den Kalender aufgepackt habe. Da zeige ich dir auf jeden Fall die ganzen Farben. Und dann kannst du auch gucken, ob du irgendwie einen Lip Liner daheim hast, der eine ähnliche Farbe hat. Das ist auf jeden Fall, ja, farblich. Du bist sicher da ein bisschen frei. Du musst ja nicht genau dieses Produkt benutzen. Wobei natürlich, wenn du genau diesen Look schminken möchtest, musst du natürlich auch genau dieses Produkt benutzen. Aber ich denke, das muss ich dir nicht erklären, dass da andere Farben teilweise sehr, sehr ähnlich sind. Mit dem Lip Liner umrande ich jetzt hier meine Lippen. Und zwar nicht irgendwie oberhalb von den Lippen, um die mordsmäßig größer zu machen. Das finde ich ganz schlimm. Das ist irgendwie total künstlich. Ich weiß es nicht. Einfach nur am Rand von deinen Lippen entlangfahren und komplett hier schön umranden. Als nächstes habe ich einen Lip Gloss. Und zwar einen, den es schon ganz lange gibt. Das ist der von Essence Shine 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 Wet Look. Und zwar in der Farbe Elf Foreign Night Out. Und den tue ich jetzt schön dick und viel, damit auch schön viel Farbe draufkommt und einfach auf die Lippen verteilen. So, Lippen sind fertig und damit ist dieser Look auch fertig. Konturierung benutze ich ja nicht. Einfach weil mein Gesicht, da ist einfach nichts zum Konturieren. Das ist einfach noch viel zu rund. Aber mit OP wird es auch anders. Und dann irgendwann habe ich vielleicht tatsächlich was zum Konturieren. Wer weiß. Ich hoffe, dass dir dieses Make-Up Video gefallen hat. Wenn du andere Looks an mir siehst, die du auch gerne mal als Tutorial haben möchtest, einfach ab in die Kommentare. Ein paar Make-Up Videos habe ich sowieso noch geplant. Zum einen habe ich, hallo, der hat mich gerade da, deswegen, schau mal, ich habe diese Palette letztens mal gekauft. Auch hier wieder, wahrscheinlich habt ihr das Video schon gesehen, aber falls nicht, ratet mal in den Kommentaren, was die gekostet hat. Das ist der absolute Hammer. Ich verrate es euch jetzt mal nicht. Die werde ich auf jeden Fall mal auch noch testen, weil hier haben wir, wir haben Blush, wir haben Kontur, wir haben Lipgloss, wir haben Eyeshadow, alles drin. Da werde ich auf jeden Fall auch mal noch ein Video dazu machen und diese Palette reviewen, weil für den Preis weiß ich nicht, wie viel die kann. Finde ich mega spannend. Werde ich auf jeden Fall mal noch machen. Dann möchte ich noch das Russland-Make-Up von vor Ewigkeiten mal auf jeden Fall noch testen. Das liegt auch noch rum, dazu bin ich irgendwie überhaupt noch nicht gekommen, keine Ahnung. Gar keine Zeit irgendwie gehabt, aber das ist, muss ich sagen, auch ein Video, weil es jetzt nicht irgendwie jetzt und sofort sein muss. Und dann habe ich noch den ein oder anderen Look. Die ganzen Adventskalender-Sachen möchte ich auf jeden Fall noch, soweit es irgendwie geht, ein Full-Face-Make-Up machen. Also ich werde euch in nächster Zeit, vor allem jetzt, wenn Winter ist und die Wandersaison eigentlich vorbei ist, weil im Schnee bin ich einfach unsicher unterwegs, das weißt du. Werde ich dich voll spammen mit Make-Up-Videos, da ist es wieder viel präsenter. Und natürlich auch mit meinen Videos zum Thema OP, ganz klar, logisch, werdet ihr dich auch ein bisschen zu spammen. Ich hoffe, ich nerve dich damit nicht so sehr. Aber das war halt einfach mal Thema Nummer 1 bei mir momentan. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben da lässt, wenn es dir gefallen hat. Wenn du dir sagst, okay, der Look ist schön oder auch der Look ist hässlich, ich glaube, das Video hat mir trotzdem gefallen. Wie du möchtest auf jeden Fall, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt, ich nerve dich mit meinen komischen Make-Up-Sachen und anderen Dingen aus meinem Leben. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis dann!